So, 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 hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Sidequest, der Lodge of Zelda, The Windmaker. Ja, und in diesem Part werden wir uns der letzte Sidequest widmen, nämlich den der Bauquests. Und ich bin nochmal gespannt, ob es diesmal klappt. Und ich hab schon mal vorbereitet alles und da können wir nämlich direkt losfahren. Jawohl, nämlich genau jetzt. Ich bin nochmal gespannt, ob es diesmal klappt. Ey, wenn es diesmal nicht klappt, na dann, 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 weiß ich nicht, dann werde ich es wahrscheinlich nie schaffen. Ne, diesmal, hab ich es im Urien, diesmal klappt, diesmal klappt. So, nein, nicht, oh Link, ist ja egal, im Moment, verbraucht es ja noch keine, ähm, Zeit, au. Au, das tut doch weh, ach Gott, was tue ich hier, was tue ich hier, was tue ich hier, ich weiß es nicht. So, wo ist mein Bötchen? Da ist mein Bötchen. Hallo, Boot. Na? Boot, 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 Boot Flugfeldinsel. Darüber hören wir das im Lösungsbuch an. Das heißt, ich weiß es nicht. Und da werden wir den ersten Baubesuch. Jawohl. Diesmal weiß ich, dass wir durch den Geheingang durchmüssen. Das war ja vor ein paar Parts der größte Fail, den ich jemals gemacht habe. Da war ich aber auch noch nie auf der Insel gewesen. Ach, ja, ihr kennt das doch. So. Das ist wichtig, ich habe hier runter. Flup, 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 flup. Ich habe die Sidequest hier noch nie gemacht, Leute. Also ich weiß nicht, was dann, was mit dem Baum passiert oder keine Ahnung. Ich habe es noch nie gemacht. Das wird eine Premiere. Slap. Slap. Und da rein. Ja, Link, ist gut. So, ich muss darüber, genau. Flup. Dann hier hoch. Hallo, Link ist mal hoch. Danke. So, da muss ich hier drauf. Und auch gleich da ran springen, geht auch. So, da muss ich hier hoch. Das ist aber auch... Die Insel ist echt... Nicht... Nicht... Sonderlich schön. So, dann... Darüber. Jawohl. Und dann... Ach, hier kann ich gar nicht hoch. Okay. Hallo, Vieh. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Verdammt noch mal. Du gehst auch weg. Ach nee, das Vieh musste ich sogar... Ach, ich hab doch Zeit, Leute. Ich hab doch Zeit. Ich soll es auch, wenn wir keine Zeit hätten, ne? Ist ja Quatsch. So, da muss ich, glaube ich, rüberfliegen, ne? Das heißt, das mach ich auch noch schnell. So, jetzt da flipp. Und dann flipp. Und schon sind wir auch schon da. Ähm. Hust. Yay. Ich fliege. So, und dann... Hallo Baum und beträufeln. Flipp. Schu, schu, schu. Hey. Wunderbar. Sagst du jetzt irgendwas? Ja, es sind noch sieben weitere. Okay, ich hab noch sieben Minuten. Dreißig. Siebzehn Minuten. Dreißig. Okay. Ah, okay. Gut, das war dann schon alles. Aber jetzt müssen wir... ... uns mit dem Kahn des Sturms gleich weiter bewegen. Zum südlichen Feenkordial und danach Westen. Südlichen Feenkordial ist hier unten. Jawohl. Und danach Westen. Da, 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 da. Na, das heißt, es wird jetzt eine Menge rumgebeamen und Wind geändert und ja, man kennt doch die ganze Spaß und so, na? Ihr kennt das doch. So, jetzt schnell noch die Windrichtung nach Westenländer. Da, 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 da. Flopp. Aber wieder die totale Gegenrichtung, da, kennt man ja. So, und jetzt gleich losdüsen. Damit wir auch schnell da ankommen, wo wir hinwollen. So. Jawohl. Ach, da wird's schon angezeigt. Habt ihr schon auf der Hand gesehen? Das ist grün geworden. Also, müssen wir da nicht mehr hin. Ach, das ist toll. Das ist toll. Na, da könnt ihr mal live miterleben, was ich immer gemacht habe, während ich hier in der Zeit des immer geschnitten hab. Ja, toll, nicht wahr? Spannend. Finde ich auch, ey, ist der Wahnsinn. So, davon sehe ich aber nach der Insel. Dann müsste wir gleich da sein. Ja, das ist locker und lässig zu schaffen. Wenn man eine, zwei Minuten pro Insel braucht, locker und lässig. La, 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 la. Sechs, das müssen wir nach Südwesten, okay. So, wo ist hier der Baum? Baum, 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 Baum. So, okay. Wo ist hier der Baum? Bäumilein. Da ist es. Da ist das Bäumchen, yay. Also, Creed Peace, ne, wer heute wirklich stolz auf uns. So, hallo, Bau. Flip. So, schau, schau. Ja! Selten, nämlich Da, 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 da So, ich Tusk, ich Tusk ist hier Nein, das ist die Grinsel, das ist ich Tusk Und ich, ich, auf, ich Tusk selbst, das Augenbaum, hä? Da, 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 da Wunderbar Gut, dann müssen wir auf Ich Tusk erst mal den Baum suchen Das ist ja kein Problem, weil das wissen wir ja noch alle, wo der ist, ne? Weil der war ja hier direkt auf der kleinen Insel da Ja, kein Problem, kein Problem So, war das, ob das nicht... Nein, da hinten ist die richtige Insel Ah, hab ich natürlich ein bisschen Gegenwind Geht Zeit drauf, verdammt, ah, ich schaff's nicht mehr, verdammt Nee, das reicht nur ganz lässig So, wo war denn eigentlich die Insel? Bin ich jetzt überhaupt falsch gegangen? Ich bin wahrscheinlich falsch gegangen, yay! Super, wie ich hier Zeit verbrauch Echt toll Echt super Ey, sag mal, wo ist denn die Insel? Wo ist zu? Hä? Ach, da ist sie, da ist sie Oder? Doch, das müsste die eigentlich gewesen sein Ja, ja, okay, 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 okay Okay, einparken und runter da Dann wieder rauf Und ein bisschen lustig im Kreis Laufen Den Berg hinauf, ne? Versteht er Ja So, wo ist denn der Baum? Ah, da ist er! Da ist der Baum! Hey! Hallo Bäumchen! Da willst du ein bisschen Wasser? Du kriegst ein bisschen Wasser Du kriegst ein bisschen Wasser Yay! Yay! So, wieder einen Baum gerettet Und weiter geht's! So, wo war mein Bötchen? Da ist mein Bötchen Und dann geht es auch schon zur nächsten Insel Yay! So, dann schau ich doch gleich mal wo es weiter geht Nach Südwesten zur Nadelfeldinsel kommen wir jetzt übrigens Dann müssen wir zum Turm der Götter und nach Süden Okay? Okay Weiß ich Bescheid Ach ja! Und ich bin echt gespannt ob es diesmal klappt Also wenn es diesmal nicht klappt ne? Da dann laufe ich abo Lauf ich wirklich abo da 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 die geliebten ja und das stattdessen wer das musikstück erkannt hat er freut sich der Ast schuldig war da geht die Sonne auf Jey das soll auch möglich ist hier dieses Spiel ja davon sehe ich schon wieder den Schatzkarten aber das steht mir auch noch bevor die ganze Schätze zu bergen ja es sind alle 41 Stück oder so ja gut 35,5 Stück haben wir vielleicht mal gehoben aber ja ja sowas das wohl hier auf der anderen Insel Seite die Kühe aber egal Flub 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 Ihr müsstet weitergehen, weitergehen und weitergehen und weitergehen und weitergehen. So. Flup, 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 flup. Hallo, blauer Schleim. Ich ignoriere jetzt eiskalt. Keiner mag dich. Wo ist mein Boot? Wo ist denn? Ah, da. Da ist mein Boot. Okay. Das heißt, wieder mal die Windrichtung ändern. Ja, ist das spannend, der Partner. Das muss ich echt sagen. Wir rammeln von einer Insel zur anderen und ändern die Windrichtung. Und beben uns zu anderen Inseln und ändern wieder die Windrichtung. Da fallen immer nur eine Windrichtung weiter. Mhm. So, Farodin. Flup. Dup. Diebeldi. Dabbeldi da. La, la, la. So, zum Turm der Götter. Da, 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 da. Da, 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 da. Aber ja, ist ja kein Ding, ne? Ihr habt ja schon viel mit mir ertragen müssen im Let's Side Girls. Da könnt ihr den letzten Endspurt auch noch miterleben. Weil es so toll ist und so. So, rund nach unten. Müssten wir übrigens mal wieder auf Linksland reisen. Was ja früher das Niemandsland hieß. Jetzt heißt es ja Linksland, was ich übrigens immer noch interessant finde. Schön. Da, da, da. Wir haben auch schon die Hälfte der Bäume haben wir schon geredet. Ist ja wunderbar. Da, 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 wunderbar. Nipp-da-da. So, wo muss ich denn dann als Nächste sind? Dann muss ich wieder zum Turm der Gönner zurück und nach Norden. Okay, erst nach Süden und danach Norden. Alles klaro. Alles Roger in Kambodscha. Ach, ist das Spiel schön am Tag, oder Leute? Ist doch wirklich schön. Ich find's herrlich. Echt ein schönes Spiel. Schön gemacht. Wunderbar. Die Atmosphäre stimmt und die Möven folgen uns wieder. Holen uns aber wahrscheinlich nicht ein. Als sie sind zu langsam. Ja, 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 ja. Nee, die haben uns eingeholt. Nein! Werden von Killermöven attackiert. So, jetzt müssen wir aber hier runter. Flup. Jawohl, dann hier hoch. So, wo war denn hier der Baum? Der war, glaub ich, ganz oben am Wasserfall, ne? Oder? Ich denke schon. Ja, die steht aber auch immer an die unmöglichsten Order, ne? Die, diese komischen. Baum, Viecher, Gedingensbumsnis. Psch! War zu schön, dass auch... So, jetzt da hoch. Flup. Und wo war der Baum? Wo war... Nee, hier war er nicht. Ach, da unten ist er. Okay. Dann halt ein bisschen umsonst den Weg. Aber gut. Hallo, Baum, du kriegst ein bisschen Wasser. Und weiter geht's. So, wo war das Boot? Das war hier irgendwo, ne? Boot. Boot? Ah, da ist es. Ich bin schon ein bisschen vorbeigeslided. Waaah! Und jetzt heißt es wieder, Doppel-Delete-Action. Bah, ba, na, digita, du, la, Lelu. Norah, na, mo. Schau mal zu. So, ich brauche aber noch mein Segel, hab ich gerade gesehen. So, wunderschön. Und blabl, double, skibble, tadli, la. Ach ja, macht das Spaß, ne? Das muss ich echt zahlen. da muss ich nicht schlecht aber es ist ein bisschen nervig die seite quest finde ich da 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 so und da müssen wir am turn vorbei und wieder nach dem rote an dem riesen turn der übrigens sehr riesig ist also groß wie ganzes planquadrat fast eine ist schon ist schon geil riesen teil da da landmann und fahren wir jetzt eigentlich zum östlichen fehlen ja dann müssen wir zu den gläs inseln der nordwesten ja Okay. Da, 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 da. Da ist übrigens wieder der Schatz, kein Schatz, aber wir haben jetzt keine Zeit. So. Nächster Baum. Ich gehe doch echt relativ, relativ flott mit dem ganzen Hin und Her reisen. So, Baum. So. So, dann müssen wir nach Tingles Insel und nach Nordwesten. Das heißt, wieder doppelt in Action. Man kennt ja die Späße inzwischen, ne? La, la, la. Vielleicht bleibe ich ja in dem Part noch 120 Minuten. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob das klappt. Das wäre echt die Frechheit zu groß. La, 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 la. So, nach Tingles Insel sollen wir. Ihr habt sie gesehen. Ihr könnt, hätten uns auch da auch direkt hinbiegen können. Aber dann landen wir ja wieder bei der Fähenkönigin in den Dritten. Und da ist natürlich kein Baum. Das wäre ja auch total dumm. Und so. Okay. Und fertig. Ja, ja, ja. Ich hab keinen Bock auf euch. Lasst mich einfach in Ruhe. Ihr dummen Haie. Nö. Kein Bock. Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Du dummer Fisch. Die Fisch. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich weich dir einfach aus, weil ich's kann und du nicht. Was denke ich hier eigentlich zusammen? Ich weiß es nicht. Hallo, Fisch. Hallo, Fisch. Na? Du bist der Stress mit mir. Fahre ich überhaupt richtig? Ja, ich fahr richtig nicht. Oh, schön. Ah, es ist ein schönes Gefühl, richtig zu fahren, ne? Was sagst du gerade? Elendig. Hallo? Oh, was macht dieser Fisch? Ähm. Yo. Fisch. Ist klar. Geh du nur ab. Da? La, 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 la. Ach, jetzt ist er weg. Mhm. Ja, war ja erfolgreich, ne, Fisch? Oh, Sau, guck mal. So, hier ist übrigens wieder so ein Händler. Den kennen wir, ja? Flipp. Was mich mal interessieren würde, wie viel Zeit haben wir jetzt eigentlich noch? Schau, schau, schau. Hi? Na? Noch ein Freund und ich bleib noch sieben Minuten Zeit. Ja, auf meiner Uhr ist es jetzt schon 60 Minuten. Aber gut. Das heißt also, die ganzen Lieder und so verbrauchen keine Zeit. Das ist ja gut zu wissen. Das heißt, man hat noch locker fünf Minuten übrig. Ja, das ist gut gesetzt, die Zeit. Aber ich glaube, das mit 120 Minuten, das wird nix mehr. Nee, ich glaube nicht. Weil wir müssen jetzt nur noch nach Norden. Zum Eiland des Sternenstaubs. Ähm. Jo. Cool. Ach, aber dann haben wir wenigstens die Sidequests geschafft. Oh, schön. Alle Sidequests in diesem verdammten Spiel gemacht, ey. Oh Gott. Hilfe. Das war ne Arme, Louis. Das war wirklich ne Arme. Ich weiß nicht, auf wie viele Parts Sidequests mir gekommen sind. Aber es war ne Menge. Wow. Hab ich euch nicht zu viel versprochen, oder? Was dieses Spiel an Sidequests bereithält. Aber es ist toll. Es ist toll. Es war ne Mega-Arbeit mit dem ganzen Hin und Her geschwimmen und rundherum gefliehen. Ihr habt es ja gerade gesehen. Aber naja, gut. Das macht man nicht alles. Als Zelda-Ferrin, ne? Kennt ihr ja am Stück. Gut. Gut. Da würde ich auch sagen, im nächsten Part gibt es dann wahrscheinlich, ähm, alle Schätze geben. Das wird wahrscheinlich ein Überlänge-Part. Das sehe ich jetzt schon. Und dann heißt es dann im übernächsten Part das Finale. Dann gehen wir Gannendorf mal so richtig auf die Kauleiste. Falls ihr euch noch erinnert überhaupt. Wir waren nämlich schon die ganzen Schloss und alles. Ja. Ach, schön. Und dann ist dieses Projekt auch schon bald vorbei. Ja. Weil ich immer ein bisschen traurig, wenn Projekte zu Ende gehen. Aber gut. Gut. Aber wir machen jetzt erstmal hier den letzten Baum. Ja. Ich war gespannt, was dann passiert. So. Flip. Yay. Leucht. Er wird so ne Mega-Bau. Ach, und da fällt ein Herzteil runter. Ja. Herzteil. Yay. Skip. Double-Doo. Schön. Hallo. Was sagst du jetzt dazu? Wer da freut? So sieht er nur, wie sich der Bau wieder aufgerappelt hat. Ich glaube, er ist jetzt so richtig glücklich. Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen. Schön. Haben wir also Bäume gepflanzt. Das finde ich toll. Schön. Schön. Bin ich froh. Wir haben die Sidequests geschafft. Wir haben alle Sidequests in diesem Spiel geschafft. Und damit werde ich sagen. Leute. Das war Let's Sidequests. The Legend of Zelda. The Wind Waker. Im nächsten Part gibt es, wie gesagt, noch. Ein bisschen Schätze heben. Und dann werden wir Ganon mal aufs Maul hauen. Ah, bis dahin würde ich sagen, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute. Ja. Bis dann.